Anmeldezahlen für die kommenden fünften Klassen bekannt gegeben. Wie die aktuellen Zahlen der Schulbehörde seien, ist die Zahl der Anmeldungen für die Klasse 5 der staatlich weiterführenden Schule mit 16.415 Schülerinnen und Schüler um 444 angestiegen. An der Spitze mit 280 Anmeldungen steht die Heinrich-Herz-Schule aus Winterhude. Nicht so vor hat eine Schule so viele Anmeldungen registriert.